Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und deine Live aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast Episode. Mein Name ist Marco und heute geht es um das Thema Hältst du dich unten? Ja, wir alle sind ja vielen Einflüssen ausgesetzt, hauptsächlich halt allen möglichen Varianten in Sachen Ablenkung, zum Beispiel das eigene Smartphone, zum Beispiel den Computer mit Social Media, zum Beispiel die neue Netflix-Serie, der nächste Streaming-Kanal, was auch immer. Ja, wir alle sind diesen Geschichten ausgesetzt und kaum einer kann sich da noch wirklich rausnehmen. Kaum ein Mensch hat so die Chance, sich dem noch richtig zu entziehen. Ja, und ich habe das auch bei mir wieder gemerkt. Ich habe mir zwar vor längerer Zeit so eine absolute Medien-Diät auferlegt. Das heißt, ich habe kein Fernsehen, also es ist alles ausgestöpselt. Ja, der Fernseher funktioniert im Prinzip nur noch in Verbindung mit dem Internet. Das heißt, ja, gelegentlich mal irgendeine Serie oder sowas, aber dann ganz bewusst und nicht eben dieses, ich rutsche von einer Serie in die nächste, auf den nächsten Kanal in die nächste Sendung. Das ganz bewusst eben nicht. Und auch Medien-Diät insofern, also auch keine Nachrichten, soweit sich das irgendwie vermeiden lässt, einfach aus dem Grund raus, weil eben auch, ja, nach dem Motto, only bad news are good news, also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. So wird halt leider in unseren Medien auch hauptsächlich verfahren. Das heißt, in dem Moment, wenn du irgendwo die Nachrichten anmachst und das wirklich mal, ja, so ein bisschen aus dir raustrittst und versuchst es von außen zu betrachten und einfach mal zu werten, ist das eine positive oder negative Nachricht, die du da bekommst? Und zu 90 Prozent ist es negativ, ja, weil Angst zieht. Angst zieht einfach mit und verkauft sich halt auch sehr gut. Und dementsprechend wirkt sich das natürlich auf unsere Psyche aus. Und alles, was bei uns Stress verursacht, ja, und halt auch, ja, oder halt auch Angst in dem Sinne, ja, sorgt dafür, dass wir nicht mehr rational denken können und auch eben nicht mehr wirklich kognitiv bei der Sache sein können. Also nicht mehr wirklich konsequent und konstruktiv wirklich an Projekten arbeiten können. Ja, und das Projekte meine ich jetzt wirklich alles von auf die Familie konzentrieren bis hin wirklich zu einem Arbeitsprojekt das umzusetzen dann. Ja, und deswegen auch diese Episode hältst du dich unten. Denn, ja, jeder, ich denke so ziemlich jeder hat das Problem. Sofern du nicht irgendwo als Einsiedler im hintersten Eck von Tibet in irgendeiner Höhle sitzt und vor dich hin meditierst, entkommst du dieser Geschichte auch einfach nicht. Ja, das geht mir ganz genauso. Und ich habe auch festgestellt, dass mich in den letzten Wochen, da ich einige Projekte jetzt am Laufen habe, dass ich mich auch sehr schnell ablenken lasse im Moment wieder. Ja, das war mal wesentlich besser. Und ich habe es jetzt zumindest wieder festgestellt, das ist ja die Gefahr da hinten dran, dass man das einfach gar nicht wirklich wahrnimmt. Sondern, ja, es ist halt so und am Ende des Tages hat man festgestellt, so was habe ich eigentlich heute gemacht. Ja, wo ich mir dann denke, das kann es ja nicht sein. Da muss ja eigentlich mehr bei rumkommen. Ja, und das ist mir jetzt wieder bewusst geworden. Und ich habe festgestellt, dass auch ich da nicht ganz von gefeit bin. Ja, dass ich dann soweit, dass mein, ja, mein Unterbewusstsein wieder gern den Weg des geringsten Widerstands geht. Das heißt, nach Unterhaltung sucht, nach Ablenkung, nach Zerstreuung. Ja, also immer wenn eine Aufgabe da ist, mit der ich mich noch nicht so richtig auskenne. Ja, und das sind einige im Moment, ja, an denen ich gerade ja an bestimmten Dingen arbeite. Dann gibt es dann so eine Übersprungshandlung. Das heißt, man beschäftigt sich plötzlich mit anderen Dingen. Ja, guckt dann vermeintlich nach irgendwas, was einem weiterhilft. Zum Beispiel auf YouTube kann man ja mal nachgucken. Wie macht denn der und der das? Oder was gibt es denn da zum Thema? Ja, und dann springt man von einem Video zum nächsten und landet plötzlich irgendwo im Unterhaltungsbereich. Und merkt dann nach anderthalb Stunden, oh, oh, nicht gut. Ja, und ja, das hat mich in der letzten Zeit auch häufiger mal wieder erwischt. Und ich reiße mich jetzt ganz massiv am Riemen, um da wieder, ja, das wieder rauszubekommen. Ja, das ist wie so eine Entgiftung, die das Gehirn hin und wieder einfach mal nötigt, benötigt. Und ja, wie gesagt, wir neigen dazu, uns gute Gefühle machen zu wollen. Ja, und alles, was anstrengend ist, womit wir uns noch nicht so auskennen, ja, was uns verwirrt, sorgt dafür, dass wir uns einen anderen Weg suchen. Ja, oder wir neigen ganz massiv dazu. Und das ist eben genau die Gefahr, die da hinten dran steht. Denn gerade die Unterhaltungsindustrie, also alles, was Unterhaltung ist, alles, was du auf YouTube zum Beispiel findest, genauso wie dann die Weiterleitungen von dort zum nächsten Video. Ja, oder irgendwelche Serien auf Netflix, auf, was weiß ich, Disney Plus und Amazon Prime und was es alles gibt. Ja, all das will deine Aufmerksamkeit. Und wenn es deine Aufmerksamkeit bekommt, dann verlierst du wesentlich länger noch deinen Fokus. Und das ist halt die Gefahr, die da hinten dran ist, dass du oder ich auch in dem Fall natürlich absolut unproduktiv werde, auch wenn ich es mir nicht ganz eingestehen will, was ich mir nachher dann sage. Ja, du hast ja was gemacht und ja, ist aber zu wenig. Ja, also da muss man mit sich selber auch mal so ein bisschen selbstkritisch sein, natürlich nicht selbst verurteilen die ganze Zeit, weil das bringt dich dann auch nicht weiter, wenn du mit schlechtem Gefühl durch die Gegend gehst. Ja, das sorgt dann auch dafür, dass du weniger produktiv bist. Aber zumindest, ich denke, gibt es eine wichtige Sache, die sollte man sich mal bewusst machen. Ja, ich finde so gerade das Wort Unterhaltung klingt nicht umsonst, so ein bisschen wie das, wie die Wörter unten halten. Ja, du, das ist, ich meine, das war schon immer so, schon zu Zeiten der alten Römer, Brot und Spiele. Ja, also in dem Fall, keine Ahnung, Fressen und Fernsehen, würde man heute sagen. Ja, oder meinetwegen Essen und Social Media oder wie auch immer, war schon immer das, womit man sich selbst beziehungsweise andere ablenken konnte von wichtigen Themen. Ja, sei es davon von der eigenen Produktivität oder sei es davon, ja, von Dingen, die man als Normalbürger gar nicht mitbekommen soll. Ja, nicht umsonst werden ja die umstrittensten Gesetze immer dann durchgesetzt, wenn gerade irgendeine Krise läuft, irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft ist oder was auch immer. Also im Prinzip immer irgendein, ich sage mal, ein großer Event hinten dran steht, wo man dann mal schnell so ein paar Gesetze durchboxen kann. Und man nimmt das vielleicht gerade so mal als Randnotiz in irgendeiner Zeitung wahr. Ja, und das ist eben die riesige Gefahr dabei. Und das ist auch das, wozu ich mich ermahne, wozu ich dir rate, ja, plane dir feste Zeiten ein, in denen du wirklich konstruktiv bist, ja, wo dich niemand stören darf. Und ich meine das wirklich so weit, dass du da eine Gewohnheit draus machst, ja, eine Gewohnheit im Sinne von, mach da ein Ritual draus. Wenn du sagst, ich möchte das und das, ja, erreichen oder ich möchte produktiv sein in der Zeit, dann mach dir wirklich eine Produktivitätszeit. Zwei Stunden von mir aus oder eine Stunde oder anderthalb oder wie auch immer, aber die fest in den Terminkalender mit einplanen, wirklich auch alles tun, um zu diesem Zeitpunkt auch zu beginnen. Das ist ganz wichtig, ja, und das beizubehalten, zumindest mal zwei Wochen lang, weil dann wird es zu einem Automatismus, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und wichtig ist einfach, dass du irgendwie es schaffst, dir diese Zeit zu blocken, ja, wenn du sagst, okay, klappt nicht immer, ja, dann mach diesen Zeitraum ein bisschen kleiner, ja, mach ihn kleiner, fang halt dann später an, wenn du nicht sicher bist, ob du das immer zu der Zeit schaffst oder, ja, reduziere es hinten raus ein Stück weit, aber die Zeit, die du dir setzt, die nutzt du bitte. Ja, und das ist eine Sache, die muss ich wieder oder bin ich gerade dabei, mir wieder einzubläuen, dass ich auf jeden Fall wieder in diese Produktivitätsphase reinkomme. Ja, und da geht es nicht darum, dass du dir vier Stunden blockst und sagst, jetzt bin ich superproduktiv. Nein, lass das, ja, dein Unterbewusstsein sagt vier Stunden, oh Gott, das ist Stress, will ich nicht, ja, das ist ja Arbeit im Sinne von anstrengend. Dann mach lieber eine Dreiviertelstunde, sagst du, 45 Minuten mache ich das oder eine halbe Stunde, ja, und dann, wenn du merkst, du bist in dieser halben Stunde, nur diese halbe Stunde musst du umsetzen, aber du merkst dann plötzlich innerhalb dieser halben Stunde, dass du merkst, okay, läuft eigentlich ganz gut, ich hänge da nochmal eine Viertelstunde dran, ja, oder 20 Minuten oder eine Stunde. Also du nach hinten raus erweitern ist wesentlich einfacher und deswegen ganz wichtig, wie gesagt, Unterhaltung und unten halten klingt sehr, sehr ähnlich und das kommt irgendwo auch nicht von ungefähr. Ja, deswegen bemühe dich um deinen Fokus, halte deinen Fokus, setze klare Zeiten, ja, und wenn du die nicht immer einhalten kannst, dann mach sie einfach so kurz, wie es irgend geht, vielleicht, also minimum eine halbe Stunde, das soll irgendwie machbar sein und dann kannst du nach hinten raus ja noch erweitern, ja, aber ganz wichtig, blocke diese Unterhaltung einfach ab, egal ob es YouTube ist, ja, also deswegen auch, am besten machst du ein komplett neues Browserfenster auf, wenn du zum Beispiel oben überall die Tabs immer offen hast, ja, gibt es die Möglichkeit, dann hol dir einen anderen Browser noch, ja, also wenn du Firefox benutzt, hol dir noch Google Chrome oder, ja, oder was es sonst noch gibt oder Safari oder keine Ahnung, was dein, was dein System letzten Endes ist, ähm, ja, und nutze eben dann notfalls wirklich den anderen, Browser, ja, ja, du kannst ja ruhig die Tabs im Hintergrund, also auf dem einen Browser, den du sonst immer benutzt, halt offen lassen, das heißt, wenn du mit einem Doppelklick reingehst, den öffnest, dann würden diese Tabs wieder aufgehen, aber dann mach dir einen Arbeitsbrowser, ja, dann nimmst du einen anderen Browser und nutzt den, um konzentriert zu arbeiten und da hast du wirklich nur ein, zwei, drei Fenster auf, für dein Projekt zum Beispiel, ja, also in dem Fall wirklich, wenn du am PC arbeitest, das ist ja ganz klar. Okay, so viel dazu, also ganz wichtig, schau, wenn du was verändern willst, dann geht das nur über Fokus, das geht nicht, wenn du dich zerstreust, ja, also wenn du, das heißt nicht umsonst, wenn du zwei Hasen hinterherjagst, dann fängst du gar keinen, keine Chance, ja, also du, wenn du dich in zwei Richtungen zerstreust, dann bist du nur noch ein Fünftel oder noch weniger so produktiv, wie wenn du konzentriert an einer Sache arbeitest und die fertig machst und dann erst zum nächsten übergehst. So viel dazu und wir hören uns im nächsten Podcast, ich freue mich auf dich, bis dann, ciao, dein Marco. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann gib ihm noch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, empfiehle ihn weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business Kung Fu Community Facebook Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Shownotes.